Servus, Grüß euch, ich bin's, der Hans Knoss. Ich bin jetzt sozusagen unterwegs von der Ski-Piste direkt aufs Motorradl. Ich kann euch gar nicht sagen, ich bin schon wieder gefreut, wenn es geht. Motorradl fahren ist von klein auf wirklich meine Leidenschaft. Natürlich wird ein Leben ohne Motorradl auch gehen. Aber ich meine, es macht halb so viel Spaß. Also von dem her freue ich mich schon riesig, wenn es wieder losgeht. Aber jetzt habe ich mitgekriegt, dass es Initiativen gibt, gegen das Motorradfahren. Na ja, ist ja gut und nett, aber was macht das für einen Sinn? Streckensperren. Okay, weil wir zu laut sind. Ein paar Todeln haben wir überall dabei, das stimmt. Okay, die werden wir einfangen. Aber ansonsten denke ich mir, Motorradl fahren ist weniger umweltbelastend, braucht weniger Platz. Und wenn wir uns alle ein bisschen zusammenreißen, dann glaube ich, ist es g'scheiter, wenn wir wirklich leise in die Zukunft fahren, als wir laut ins Ort. Ciao, püro teich.